Liebe Ludwigshafener Bürgerinnen und Bürger, wir möchten ein neues Volkshochschulprogramm vorstellen für das erste Halbjahr 2019. Wir möchten Sie alle gerne einladen, blättern Sie mal in diesem Programm, vielleicht ist ja was Interessantes für Sie dabei. Volkshochschule, was ist denn das überhaupt? Volkshochschule ist ein Angebot der Stadt Ludwigshafen, wo man die vielfältigsten Dinge machen kann, lernen kann, miteinander zusammenkommen kann und das schon seit 1901 sogar. 1901 ist ein bisschen länger wie 100 Jahre, aber wir feiern dieses Jahr auch 100 Jahre Volkshochschulen bundesweit, da beteiligen Sie uns auch daran und neben dem vielfältigen Programm, was wir Ihnen anbieten mit den einzelnen Kursen, wird es natürlich auch eine schöne Feier am 20. September dazu geben, da sind Sie auch jetzt schon recht herzlich dazu eingeladen. Kommen Sie vorbei, feiern Sie mit, schluppern Sie rein, was wir alles so Tolles im Angebot haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und besuchen Sie uns in der Volkshochschule.